Am besten guckt ihr jetzt sozusagen hinter mich hier auf das Auto, der Quatsch, auf die Kirche. Wo einst Häuser standen, sieht's nun aus wie zerbombt, wer lässt sowas zu, erlaubt, dass es dazu kommt. Wo sind all die Menschen, die Straßen sind leer, Zeichen von Leben gibt es längst nicht mehr. Die Kirchenfenster vernagelt und dicht, nirgends Erleuchtung, keine Gnade, kein Licht. Verlassen vom Glauben, vom Pfaffen, vom Kreuz, kein Bischof zeigt Treue, niemand bereut. Nur Trümmerlandschaft, so weit wie man sieht, im Jahr 76 nach dem furchtbaren Krieg. Die Kirche, die reckt sich im Trotz Himmelwärts, kein Triumph, sondern Ohnmacht und für die Menschen bleibt Schmerz. Sicherheitspersonalpark ganz in der Nähe, wer tritt dem Allmächtigen hier auf den Ziel? Wer rüttelt an Zäunen im heiligen Zorn, wer fühlt sich drein, gibt sich selber verloren? Mannheim zerstört, nur ein Trümmerfeld bleibt, der die letzte Notiz nun in das Kirchenbuch schreibt. Abgehakt, die Geschichte, genauso der Haupt, wer nennt die Schuldigen nicht mal mit einem Wort? Nur Trümmerlandschaft, so weit wie man sieht, im Jahr 76 nach dem furchtbaren Krieg. Die Kirche, die reckt sich im Trotz Himmelwärts, kein Triumph, sondern Ohnmacht, für die Menschen bleibt Schmerz. Kein Feuer, kein Erdbeben, weder Stürme noch Flut, die Natur zeigt nicht immer gnadenlos ihre Wut. Der Mensch kann zerstören ohne Poppen, Krieg und Hass, treibt ihn nur Gier zur Vernichtung mit Spaß. Zerstören das Werk einer gierigen Gut, mit Absicht geplant, sie weiß, was sie tut. Die Kirche, die sich selbst christlich nett zu nennen, sich traut, abgeräumt, alle Gräber und die Stille schreit laut. Nur Trümmerlandschaft, so weit wie man sieht, im Jahr 76 nach dem furchtbaren Krieg. Die Kirche, die reckt sich im Trotz Himmelwärts, kein Triumph, sondern Ohnmacht, für die Menschen bleibt Schmerz. Lass die Kirche so stehen, verrammelt, versperrt, als Mahnheim am Mahnmal der Erinnerung wert. Wo man Einsichten findet, zu begreifen begehrt, der Frage nicht ausweicht, wie lang Ewigkeit währt. Wo die Sinnsuche endet, weil doch jeder Sinn fehlt, geht es nur um Profit und nichts anderes mehr zählt. Nur Trümmerlandschaft, so weit wie man sieht, im Jahr 76 nach dem furchtbaren Krieg. Die Kirche, die reckt sich im Trotz Himmelwärts, kein Triumph, sondern Ohnmacht, für die Menschen bleibt Schmerz.